Hallo, ich bin die Esther, ich bin 22 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Fliesenplatten-Mosaik-Legerin bei der Firma Martin Jäde. Ich nehme euch heute mal mit auf die Baustelle. So, unsere Firma ist ansässig in Bergisch Gladbach und wie gesagt, wir bieten Fliesenplatten- und Mosaik-Legerarbeiten an und auch Trockenbau. Ich nehme euch jetzt mal mit rein. Also die Ausbildung findet nicht wie zum Beispiel die kaufmännischen Ausbildungen im dualen System statt, sondern an drei Lehrorten. Das heißt, wir sind im Betrieb, in der Berufsschule und noch in der überbetrieblichen Ausbildung. Da werden dann praktische Grundgrenze erworben. Hier seht ihr mal die Trockenbauarbeiten von Kollegen. Hier seht ihr gerade den Kollegen. Jetzt nehmen wir gerade den Fliesenkleber auf. Wir nehmen die Platten hin. Das ist der Klaassen. Hi. Hallo. Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine meiner typischen Aufgaben. Zum Beispiel Kleber anmachen. Dann mittlerweile auch mal in den Fliesen schneiden. Genau. Eigentlich auch das ist deine Aufgabe, ne? Genau. Unsere typischen Arbeitszeiten sind von 7 Uhr bis 15 Uhr 30. Also hat man den anderen dann noch frei. Und ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich alles, was mit Baustoffen und Handbeck zu tun hat, sehr interessant finde. Und ich auch vorher schon eine Ausbildung im Baustoffhandel gemacht habe und gerne tiefer in die Materie eintauchen wollte. Und an meinem Betrieb gefällt mir sehr gut, dass wir ein sehr gutes Betriebsklima haben und uns alle super verstehen. Und ich habe mich für die Ausbildung im Baustoffhandel gemacht.